Schlimmste. Ich bin Inter gegen Francesco Manchester. Halt's mal. Lüchtigen. Hier ist eine Flanke von mir. Und ich wollte ihn nicht ganz blamieren. Da habe ich einfach nur so gelegt. Ich bin in der Fall der C gemacht. BAM! Hier, dass man noch sieht, dass er drin ist. Zeigst du nicht über mein Tor, aber ja.